ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu sims city 4 und liebe leute wir waren tatsächlich beim letzten mal hier und hatten mit dem spiel angefangen wir sind so eingestiegen beim letzten mal haben uns die uns eine nachbarstadt gebaut wo wir energie und was davon beziehen und ich würde sagen wir waren jetzt hier dabei uns aufzubauen ich sage machen wir doch direkt einfach mal weiter genau diese sache hat ja beim letzten mal gar nicht erklärt guck mal hier wir haben hier so zwei bubbles da können wir aufträge erfüllen und das würde ich sagen machen wir das einfach mal fluggerät trainingsmission ist aber schon weg die auch okay schade freunde weil könnt ihr nämlich mit autos und so hier rumfahren das finde ich ganz cool weil ihr seht ja die autos hier die fahren schon ziemlich viel das heißt aber auch dass wir hier eigentlich maut kassieren können wartet mal wo ist hier die bautstation was ist das hier hier sind öffentliche verkehrsmittel freunde bus haltestelle ja das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt dass die leute ein bus nehmen weil das ist nämlich auch eine einnahmequelle machen wir hier noch eine bus haltestelle hinten und am besten noch hier unten zur arbeit das ist gar nicht mal verkehrt einfach mal so dahin zack und jetzt haben wir ein öffentliches verkehrssitz so da können wir auch direkt sehen ob sie das nutzen die leute nee das reicht halt noch mit den autos ist klar gut und ich suche jetzt allerdings noch einen bestimmten bereich ach guck mal wir haben hier sehenswürdigkeiten wahrzeichen alcatraz california plaza das alles cool da kommen war schritt für schritt nach wo ist die mautstation geld ist sie hier nicht das für eisenbahn eisenbahn lehrerschein streiten sich um handvoll schüler ich finde es prima dass sie sich ein derart tolles ausbildungssystem in sebitown entschieden haben aber da wir eine so kleine stadt sind gibt es hier noch nicht sehr viele schüler daher sind die schulen diese gebaut haben für unseren moment haben wir weit über finanziert verringern sie die schulfinanzen entsprechend und erhöhen sie in zukunft nach bedarf das geld können sie dann schwarze tint für meine überlegdrucker investieren ja oder wir bauen einfach mehr wohngebiete wartet mal ich würde sagen wir bauen einfach mehr wohngebiete hin so freude dann zieht man ein hier los zack aufbau los erste scharen wetter ja die meldungen rühren halt daher freunde weil wir halt noch nicht so viele einwohner haben dafür aber schon riesig riesige gebäude haben ich suche jetzt allerdings immer noch die maustation wo ist es der da maustation am besten die hobe die ecke weil es wird nämlich auch irgendwann so kommt dass wir tatsächlich hier zur nachbarstadt ja eine verbindung herstellen und deswegen brauche ich jetzt einfach mal zwei maustationen weil ihr seht das steigert unsere monatlichen einnahmen so freunde aber die bildungsausgaben die können wir ja die bildungssachen können wir ja runterschrauben die kosten der gesundheit und bildung genau wartet mal das können wir ja runterschrauben tatsächlich dass wir da nicht so viele kosten haben gut dann macht man hier mal annehmen dann haben wir öffentliche sicherheit dass das lasse ich aber erstmal so tatsächlich gut freunde dann geweiht mal ein bisschen laufen lassen wir gucken ob die sich weiter hier entwickeln ja guck mal da kommt tatsächlich mehr häuser hey das ding sieht geil aus schaut mal hier eine villa guck mal hier das ist schon unsere stadt hier wie cool so aber wie gesagt ich möchte jetzt ganz gerne mal hier so eine mission machen warum sonst doch nicht verfügbar aber warum nicht so hier haben wir noch mal bürgermeisterbewertung das ist gut und alles im grünen bereich so soll es sein oder so wir brauchen mehr wohngebiete dann würde ich sagen das ist cool das macht spaß freunde so und ihr seht ja wir können nämlich auch hier tatsächlich eine u-bahn bauen allerdings werde ich das erstmal hochbahn können wir auch wir können alles mögliche an verkehr hier machen das ist sehr interessant aber am anfang will lasse ich tatsächlich mal beim bus so freunde wie sieht es finanziell aus jahr 900 im monat da werden schon ein paar leute kommen denke ich aber nicht auf den vier mal vier dinge das ist jetzt gerade interessant muss ich sagen dass die leute hier nicht einziehen kommt so ja okay ist tatsächlich tatsächlich müssen wir das hat erst mal dreimal dreimal drei häuser machen da kommen sie direkt gucke ich das an da kommen sie direkt hier und schon haben wir 243 bewohner schau ich das an wow jetzt bauen sie aber ordentlich hier ist schon nicht schlecht muss ich sagen gewerbe gebäude das tatsächlich gerade im überfluss wer sauber sein will muss zahlen ja was ist denn das diese nach dem ressourcen statt können sich nicht entscheiden aber wenn es darum geht unseren geldbeutel zu erleichtern jetzt wollen sie für unser wasser 19 dollar im monat andrehen meinen sie das ist wert wenn wir ablehnen platz der deal mach mal langsam wartet mal ich habe gerade irgendwie ein problem soll jetzt wir können hier irgendwie keine missionen machen das finde ich gerade sehr schade muss ich sagen mehr wohngebiete auf jeden fall finde ich gut dass sie so viele wohnungen haben wollen dann machen wir denen doch einfach noch ein wohngebiet hierhin so freunde und dann hoffe ich euch dass ich dadurch statt gefällt hier der sim city let's play das ist ja so ein bisschen jetzt der ersatz für empire wie gesagt kommt ja zweimal in der woche und ich finde das spiel sehr gelungen auch um mal ein bisschen wie sagt man nach da kommen sie schon ein bisschen was gemütlicher zu spielen so gucken wir einfach geiler soundtrack muss ich sagen warum war tatsächlich das industriegebiet ich denke mal freunde die industriegebiete können wir tatsächlich in der einen nachbarstadt machen weil dann können die nämlich hin und her pendelnde bürger ist da was ich meine aber nämlich hier unten die genau ihr seht ja auch hier sind die straßen die wir da sind die straßen die wir da sind die straßen die stark gebautes industriegebiet machen kommt dann lagern war die industrie einfach hier hinaus ich meine warum nicht so feuerwehr polizei ich weiß dass es gerade ein bisschen die bloß hier geklatscht aber was soll man machen wir brauchen halt industriegebiete und die wichtigheit nicht jeder stadt haben sorry so weil die sind ziemlich dreckig muss ich sagen so dann haben wir hier die wasserpumpen so können wir die gebiete mit wasser versorgen industrie braucht platz war ja ihr habt doch industrie ja neue wohngebiete aber ich möchte halt dass ihr aus meiner sebi stadt hier arbeiten kommt schaut euch das an da entstehen industriegebiete für die leute aus sebi stadt die kommen jetzt nämlich alle hier hin zum arbeiten ist das nicht cool so da haben wir unsere industriegebiete und genau das klappt das klappt sogar tatsächlich das war die industriegebiete auslagern das ist natürlich schon geil muss ich sagen jetzt seht ihr hier industrie ist nicht mehr gefragt sondern noch wohngebiete irgendwie dann machen wir einfach mal weiter wohngebiete wir haben ja hier alles was wir brauchen wir haben eine grundschule wenn man nicht alles was wir brauchen so machen wir einfach mal weiter wohngebiet so und wenn ihr halt mehr leute irgendwann ankommen dann wäre ich auch bereit tatsächlich eine u-bahn zu bauen aber erst mal wie gesagt noch nicht erst mal der bushaltestelle es tut mir leid ich musste hinaus abreißen so muss haltestelle sagt gut freunde sie mit und hat landstraßen überfluss kleine straßen gefahren dass ich hier nur landstraßen bauer tatsächlich in grund freunde weil die können mehr stau aufnehmen als sie als die kleinen straßen oh sims laden bürgermeister ein ihr nachbar zu werden unsere einwohnerzahl hat 500 überschritten ja die einwohner von sebi town empfangen sie mit offenen armen bürgermeister aber wir wollen doch nicht dass die sims angst bekommen sie können uns eines tages verlassen schlagen sie wurzeln der stadt und bauen sie sich eine bürgermeister villa in der sie sich mal so richtig entspannen können selbstverständlich nach dienst schluss anschaffen monatliche kosten wo ja warum das war hierhin wir haben jetzt unsere eigene villa bürgermeister villa gut wie es wie machen sich gerade unsere einnahmen also verkehr ja ganz ganz gut ganz gut eigentlich also je mehr bewohner jetzt hier ankommen glaube ich desto besser bist du mehr kohle kriegen wir auch rein so ja geil freunde so sieht man dass die stadt sich entwickelt soll man mal die steuern erhöhen ist das für ein riesen teil hier eine riesen villa freunde wir ziehen hier glaube ich gerade viel oberschicht an kann das sein ah schaut mal freunde jetzt haben wir eine straßenfahrzeug trainingsmission und ihr seht ganz im sims style können wir ja tatsächlich mit dem auto rumfahren und das ist natürlich cool muss ich sagen also wir haben wir tatsächlich müssen zu diesem roten pfeil da genau das ist das ist so eine trainingsmission aber wir können hier mit dem auto rumfahren das ist natürlich auch gott da habe ich schon unfall gebaut hier direkt das machte scheiße da habe ich aus versehen dagegen gefahren ja das war das auto nicht rechtzeitig zum blinkenden fadenkreuz gebracht alles klar das war schon der erste fehl und jetzt können wir hier auch die schrauber mission machen freunde schau ich das an wir können einen schrauber machen wir können einen schrauber steuern das ist natürlich genial wir können hier hoch und hier runter genau ein schrauber können wir steuern das ist für zukünftige missionen ganz interessant wo wir krankentransporte durchführen müssen wir sind schon da hallo da sind wir in der villa jawohl gut geflogen dankeschön ja wie gesagt das ist ganz interessant wenn wir diese dinge herumfahren sehen jetzt müssen wir hier leider auch noch mal diese trainingsmission machen das liegt daran weil ich die eben verkackt habe ab durch die maustation so oh gott okay das ist cool es ist echt cool gerade so kann man auch die stadt von innen ein bisschen genauer betrachten das finde ich ganz interessant eigentlich gemacht ne so alles klar ist die bushaltestelle die wir gebaut haben ganz schön weit weg da unten aber eine mini map aber ja ich bin da jawohl das haben wir geschafft freunde sehr schön und ja dann hoffe ich dass es euch soweit gut geht hier an diesem sonntag abend nehme ich das jetzt wieder auf ganz klassisch ach guck mal flucht im gestohlenen auto du hast gerade einen wagen geklaut halte dich von der polizei fern und ich finde in den in deinem neuen schlitten aus der stadt bürgermeister bewerben geht runter aber wir kriegen 10.000 geld ja mach das komm kack erst mal auf die kack erst mal auf die bürgermeisterbewertung ganz ehrlich das geht das ging ja schnell jetzt was zur wir haben geld bekommen verdächtiger ambulanzfahrer ganz schön viele missionen jetzt hier ja aus sich muss auf lahm und zocker in der stadt ok ja dann mach mal markierungen abdecken alles klar dann fahrer war da ach du scheiße oh gott mit jahre autos so dann fahren wir schnell dahin weil ihr seht das ist eine zeit mission und ja da müssen wir jetzt wartet mal was ist das jetzt hier offroad modus ein aus und der sitzt ja oben die lebensanzeige die ist nicht mehr ganz so grün deswegen müssen wir aufpassen was wir hier machen was ist denn was war das denn für eine karre ok ok wir müssen über gras fahren was ist jetzt los ah ok schaut mal wir müssen dass ich hier diese dinger einfach abfahren ok warum auch immer wir hier das machen müssen aber gut ist halt eine spiellogik diese stadt ist der ideale platz für mein neues casino yeah freunde wir kriegen ein casino ist das nicht cool ich finde das cool so bau das hier oben in das passt doch gut unser erstes riesen gebäude oh guck mal das bringt gut geld ein muss ich sagen das bringt gut geld ein 300 im monat ja voll und die haben kein wasser mehr schaut man die haben kein wasser mehr hier da müssen wir mal gucken tatsächlich was war da da müssen wir mehr von den nachbarn kaufen denke ich wartet mal nachbarschaftshandel wasser genau wir müssen mehr wasser kaufen passt freunde passt sehr gut wie gesagt ich hoffe dass wir hier nicht pleite gehen im spiel weil das ist halt sehr oft so bei diesem spiel dass ich habe ich weiß noch damals als ich das gespielt habe bin ich über pleite gegangen ich weiß nicht warum und da war ich halt nie aufs geld geachtet habe denke ich mal und daran kann es dann am ende gelegen haben tatsächlich ja gut wie kriegen wir denn eigentlich die leute dazu dass die mehr den bus nehmen wir tatsächlich am überlegen muss haltestelle kommt zack zack machen wir noch den ein oder anderen kleinen park hierhin ich war da auch die attraktivität ein bisschen erhöhen stimmt das habe ich doch gar nicht das habe ich hier gar nicht gemacht wartet mal wir können doch hier mittlere parks bauen genau die attraktivität ein bisschen erhöhen ja warum denn nicht ich war ein so vielleicht kommen dann auch mehr leute hierhin so auf freunde ja guckt euch das an guckt euch das an die parks die helfen tatsächlich so das heißt wir brauchen dann aber auch geht das wasser bis hier unten hin tatsächlich nicht okay können wir da können wir irgendwie müll verkehr guckt mal fahrgeld 2 dollar im monat das heißt wir haben tatsächlich jetzt muss ein namen das ist cool freude und bildung was soll das jetzt warum 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 bildung ach wartet mal ja klar wir haben doch nur eine grundschule wir brauchen natürlich auch bücherei okay wartet mal die bücherei mache ich aber die schulglocke ich finde es schade dass man hier keine gebäude verschieben kann bücherei ist was hat sich hier unten hin machen dass da natürlich noch mit einer straße verbinden so bücherei haben war weil wochen natürlich auch wenn die kinder natürlich alt werden brauchen wir natürlich auch eine weiterführende schule ist ganz klar direkt neben quasi du das ist echt da kriegen die kinder noch was zu lernen alles klar freude dann kümmern wir uns mal weiter hier drum da baue ich mal schön drum rum damit wir nicht hier die leitung kappen da weil das wäre schon übel zur bildung sollte jetzt eigentlich nach oben gehen ja schaut euch das an bildung geht nach oben und da kommt tatsächlich wieder wieder leute hin das ist natürlich ist natürlich schon leicht muss ich sagen auch guck mal hier hier sind welche arbeitslos das darf natürlich nicht sein warum arbeitet ihr denn nicht hier oben sind doch jede menge jobs wahrscheinlich noch ein gewerbegebiet ja das ist gar nicht mal gar keine schlechte idee noch im gewerbegebiet so freunde ja sehr gut wir wachsen freunde wir sind bei 1100 einwohnern hallo warum arbeitet ihr nicht hier sind doch genug jobs die wollen wahrscheinlich nicht mit dem bus fahren oder sowas sie ist unser lamander sauglücklich über sauberes wasser in sebitown warum nicht hallo na gut okay wollt ihr vielleicht hatte ich lass mal noch eine mautstation jeden gebraucht geld ist halt so sorry leute wir bräuchten noch mehr gewerbeflächen glaube ich hatte hier ist auf jeden fall irgendwas mit jobs ist es da oben wieder was los finanzen sieht gut aus können wir mal ein bisschen laufen lassen tatsächlich freunde was fehlt denn hier noch feuer gefahren ein kriminalität nein bildung ok jetzt weiß ich warum attraktivität ist hoch das ist gut frau bis ins glauben an bürgermeister bürgermeister sebitown ist eine blühende stadt mit mehr als 1000 einwohnern und ihre spirituell orientierten sims wünschen sich einen versammlungsplatz für ihre nicht weltlichen bedürfnisse bitte berücken sich nicht ihre petition und wie ein gebetshaus ja machen war machen war da habt eure kirche sehr cool das ist jetzt natürlich ein bisschen doof dass die grundschule da oben ach guck mal große grundschule bevölkerung 4000 das heißt wir müssen hier unten auch wieder schulen hinbauen das ist natürlich okay erwartet mal oder können wir einfach die wie ist das denn wenn wir einfach ich meine der radios von der grundschule ist ja jetzt sehr klein wie ist das denn wenn wir jetzt die ausgaben dafür wieder erhöhen ist einfach so machen ja gut ist okay dann machen wir hier unten halt eine neue schule und feuerwerk eine weiterführende schule ja dann bin ich mal gespannt ja guck mal unsere ersten hochhäuser hier also ist es also erst kleine hochhäuser kommen aber die brauchen alle arbeit ja okay machen wir noch mehr gewerbeflächen schöne musik hier ja muss ich sagen schöne musik im hintergrund so hier fehlt allerdings noch eine bushaltestelle da kann man die hin machen bushaltestelle wie sieht es aus ja passt wir geben natürlich wieder mehr aus als wir kriegen können müssen dista was ist es wer hat hier müll verursacht alles klar so wir haben wir müssen wieder industriegebiete bauen das heißt wir können wieder weil ihr die nachbarregion ja gehen ich habe es ja genau neue stadt und das heißt die wollen wieder industrie bauen guckt euch das an das war schon ein paar fabriken das war es alles klar leute dann wissen wir aber auch jetzt dass die tatsächlich zum arbeiten hierhin war keine mucke so was ist jetzt hier mit eurer arbeitslosigkeit oh man wollt ihr ernsthaft hier vorne noch eine bushaltestelle haben ja komm dann geben wir denen halt eine bushaltestelle hier vorne so sehr gut so macht man dort freude und ja da freue ich mich dass du wieder eingeschaltet habe hier bei sim city 4 ich will tatsächlich überlegen können wir eigentlich erstmal so laufen lassen attraktivität ist noch gegeben ja ist noch gegeben wasser energie verkehr keine staus okay das ist schon mal gut okay zonen ja das ist klar land wert sehr guter land wert bürgermeister bewertung auch hoch passt doch alles grad ach guck mal altersdurchschnitt wir haben tatsächlich sehr viele ältere bevölkerung bzw eine durchschnittsbevölkerung gesundheit luftverschmutzung ist nicht da was auch nicht müll naja müll strahlung auch nicht okay dann passt das eigentlich alles dann können wir eigentlich erstmal weiter laufen lassen in der hoffnung dass sich jetzt mehr bürger bürger niederlassen ich bin aber auch am überlegen ob ich hier tatsächlich eine u-bahn aufbauen soll aber eine u-bahn kostet halt auch das ist eine u-bahn kostet leute soll ich eine u-bahn bauen monatliche kosten das ist es halt komm mach es mal kommt ich mach mal eine u-bahn station eine u-bahn zu diesem gewerbegebiet hier oben hin einsame transit station ja ist okay wo können wir die da oben hin genau da können wir die u-bahn station hin machen und die mal verbinden so wir schaffen uns eine u-bahn an soll ich das an tatsächlich freunde und die ist sehr teuer aber ich hoffe dass das dazu führt dass die hier unten da oben hin fahren so das heißt wir können das eigentlich abfahrten oder wie die stadt sich hier so entwickelt und guckt mal von den ersten größeren häuser gar nicht mal so verkehrt wir sind bei 2400 bürgern ja ok eine gemischte bevölkerung haben wir hier finde ich gut ach krass dann ist die folge auch schon wieder voll na gut dann würde ich einfach mal sagen liebe leute wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein like oder abo da und lasst die glocke läuten würde ich mich sehr freuen als jetzt gerne weiter den kanal und ja bis hier dann weiter geht sie wir wollen dann beim nächsten mal und wenn ihr bock hat mal ein bisschen privat zu quatschen oder so kommt doch gerne auf meinen discord server der link ist in der beschreibung ich würde mich sehr freuen und ja so würde ich sagen wünsche euch einen schönen abend oder schönen dach tschüss tschüss